Veröffentlichen Sie Live-Streams oder On-Demand-Videos als professionelles Webcast-Projekt. Platzieren Sie ein Fenster auf der Webcast-Seite und wählen Sie ein der vielen IMS Webcast-Module aus. Jedes Modul kann mit wenigen Mausklicks einfach konfiguriert werden. Platzieren Sie beliebig viele Module auf Ihre Webcast-Seite. Mit dem IMS Webcast-Manager können Sie unbegrenzt viele Projekte erstellen. Jedes Webcast-Projekt kann wiederum aus mehreren Seiten bestehen. Durch die Auswahl und Positionierung der Module können Sie für jede Seite eigene Designs und Funktionalitäten definieren. Jeder Webcast kann durch eine Anmelde- und Registrierungsseite geschützt werden. Somit kann der Zugriff auf eine bestimmte Zielgruppe limitiert oder Nutzerdaten abgefragt werden. In der Teilnehmerverwaltung kann das Nutzerverhalten inklusive der jeweiligen Online-Seiten eingesehen und ausgegeben werden. Nutzen Sie unsere große Auswahl von Modulen, um Ihr Webcast-Projekt zu gestalten. Mit dem Video-Live-Control-Modul können Sie beispielsweise Pre-Roll-Inhalte hinzufügen und zwischen einer beliebigen Anzahl von On-Demand-Videos und Livestreams wechseln. Alles on the fly während Ihres Live-Webcasts. Mit dem Kommunikations-Modul können Sie Chats oder Nachrichten hinzufügen, die in einem geschützten Admin-Bereich moderiert und priorisiert werden können. Fügen Sie Ihrem Webcast Abstimmungen, Umfragen oder Tests mit Benotung hinzu. Die Umfrage-Verwaltung bietet hierzu viele Möglichkeiten zur Steuerung und Gestaltung. Verwenden Sie den HTML Text Editor, um Web-Content zu erstellen und fügen Sie Links, Logos, Text, Downloads sowie eigenen Quellcode hinzu. Im Menüpunkt Projekt finden Sie unter anderem den Copy- und Paste-Code, um Ihr Webcast-Projekt auf Ihrer Webseite einzubinden, sowie die URL-Links und QR-Codes, um es in einem Browser aufrufen zu können. Ihr interaktiver Webcast ist sofort live im Internet verfügbar. Bauch zugebar! Bis zum nächsten Mal.